In Berlin ist ein mehrfacher Mörder auf der Flucht, der eigentlich in Sicherungsverwahrung sein sollte. Er ist beim Freigang einfach davon spaziert. Wohlgemerkt, Freigang alleine. In zwei Brücken müssen jetzt zwei Männer ins Gefängnis, die eine Minderjährige sexuell missbraucht haben. Das perfide an der Geschichte, der Onkel hat seine Nichte missbraucht und als der Vater davon erfahren hat, hat er mitgemacht und hat seine eigene Tochter missbraucht. Die Sicherungsverwahrung für den Onkel, der hier Wiederholungstriebtäter ist, wurde abgelehnt. Und von diesen Beispielen gibt es ganz viele. Auf den friesischen Inseln gab es einen Ratsherrn, der hat ein Testament gefälscht, was zu Gunsten der Gemeinde ausgestellt war. Er hat ein Gefälschtes erstellt, was zu seinen Gunsten ausgestellt war. Erbwert 750.000 Euro. Was ist passiert? Eine kleine Geldstrafe und er geht in Revision. Das und noch viel mehr Skandalurteile sind der Grund, warum in diesem Land alles den Bach hinunter geht, wenn ihr so wollt. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. In Berlin ist heute ein straffälliger Serienmörder oder ein Doppelmörder entlaufen, einfach so auf einen Freigang. Der Mann ist in den 90er Jahren verurteilt worden zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er sitzt seit 27 Jahren in der JVA Tegel bzw. hat gesessen. Heute war sein planmäßig erster Ausgang ohne Begleitung, wo ich mir immer nur die Frage stellen muss, nein, da gibt es keine Resozialisierung. Karlsruhe hat gesagt, wir müssen die Gefangenen auf ein Leben in Freiheit vorbereiten. Ja, hat Karlsruhe gesagt. Und dann sagen wir im Bundestag einfach, lebenslang heißt, bis du tot bist. Und dann haben wir dieses Problem der Resozialisierung nicht von Leuten, die wir lebenslang ins Gefängnis stecken. Aber das wollen sie nicht hören. Es ist vor allem auch die 68er Generation, die jetzt in den ganzen Amtsstuben der Staatsanwaltschaften und Richterzimmer sitzt und diese Skandalurteile hier spricht. Der Gefangene hier, der Mörder, ist schon Anfang der 2000er Jahre das erste Mal auf Freigang gekommen, damals begleitet. Soviel zum Thema lebenslanger Haft in Deutschland. Ihr kennt es ja, es gibt ein Hafttelefon in jeder Zelle inzwischen. Es gibt Schwimmbad, es gibt die Bibliothek, es gibt Fernsehen. GEZ wird nicht fällig. Es ist rund um Versorgung im deutschen Gefängnis. Ein wahrer Hohn für die Opfer und vor allem hier ein gefährlicher Doppelmörder auf dem Freigang abgehauen. Es wird bundesweit nach ihm gefahndet, allerdings ohne Foto. Ja, der Datenschutz in diesem Land, der Datenschutz eines Doppelmörders, der wiegt anscheinend schwerer, als die Fahndungserfolge durch die Öffentlichkeit hier ernst zu nehmen. Kommen wir zum nächsten Fall, der ist wirklich unschön. Heute hat das Landgericht in Zweibrücken ein Urteil gesprochen in einem Kindesmissbrauchsfall. Der Onkel hat seine Nichte missbraucht. Er hat angefangen, als sie acht Jahre alt war. Als sie 14 Jahre alt war, hat der Onkel es dem Vater gebeichtet, also seinem eigenen Bruder quasi erzählt. Und der Vater, er hat dann einfach seine eigene Tochter missbraucht. In mindestens 25 Fällen. Die Schuldfrage ist vor Gericht unstrittig. Das hat die Richterin nochmal betont. Daran zweifelt niemand. Das Urteil, es wird dich jetzt vermutlich erschüttern. Der Vater, der sein eigenes Kind hier dutzende Male missbraucht hat, bekommt fünf Jahre Gefängnis. Und das war's. Der Onkel, sein eigener Bruder, ja, er war schon mal wegen sexuellem Missbrauch an einer anderen Nichte verurteilt worden und ist damals vorzeitig auf Bewährung entlassen worden und hat innerhalb dieser Zeit, kein Jahr nach seiner Entlassung, noch in der Bewährung angefangen, die damals Achtjährige zu missbrauchen. Er hat das jahrelang durchgezogen und er kommt hier auf neuneinhalb Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft, sie hatte zehn Jahre gefordert plus anschließende Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung, sie wurde abgelehnt. Es wird einfach verneint vom Gericht, dass ein Triebtäter, der jetzt schon mal rückfällig geworden ist, das wieder tut, ja. Das ist unfassbar. Die beiden Männer, sie sind 61 und 71 Jahre alt. Es sind Perverslinge. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich mit solchen Leuten oder mit solchen Individuen machen würde. Da ist die Füße in Beton gießen und sie über die nächste Brücke werfen, wirklich noch das harmloseste, was man mit diesem Menschen tun könnte. Es geht allerdings weiter. In Hamburg diese Woche ein Urteil, eine Jugendliche, eine 20-Jährige muss ein Wochenende in Jugendarrest, weil sie einen Vergewaltiger Mistgeburt genannt hat. Es geht hier um Hass und Hetze im Netz, also um eine strafbare Beleidigung. Und das Perfide an der Sache ist, den Vergewaltiger, den sie beleidigt hat, der wurde verurteilt wegen Vergewaltigung, allerdings auf Bewährung. Er sitzt nicht in Haft, aber die Kritikerin, die soll jetzt hier in Haft gehen, beziehungsweise in Arrest für ein Wochenende. Und so delegitimiert sich dieser Rechtsstaat einfach selbst. Es gibt Dutzende dieser Urteile. In Dresden diese Woche wurde eine Ärztin verurteilt, die falsche Corona-Atteste ausgestellt hat. Ziemlich viele sogar, ich glaube es waren über tausend. Auf jeden Fall, sie geht für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Ihre Approbation ist weg, Berufsverbot bekommt sie. Und das Perfide an der Sache ist, der gleiche Richter hat vor drei Monaten einem Vergewaltiger nur eine Bewährungsstrafe erteilt. Und das ist der Skandal in diesem Land. Der Schaden am Einzelnen wird von der Justiz total ignoriert. Es sind die 68er, diese woken Menschen, die alle am besten in dieses Land einladen. Sie gewähren Kulturrabatt. Da gibt es Verständnis teilweise für Ehrenmorde vor Gericht. Alles schon in Urteilsbegründungen aufgetaucht. Es gibt auf jeden Fall eine mindestens Zwei-Klassen-Justiz, wenn nicht sogar eine Drei-Klassen-Justiz. Es gibt die, naja, eigentlich sind wir schon bei der Vier-Klassen-Justiz. Es gibt die Klasse für Frau von der Leyen, wo einfach irgendwelche Dinge verschoben werden, bis kein Wahlkampf mehr ist. Dann gibt es die Justiz für dich und mich. Die kommen vor allem, wenn wir keine GEZ bezahlen, falsch geparkt haben, den Strafzettel nicht bezahlen wollen und so weiter. Dann gibt es die Justiz, die unsere Zugewanderten hier kennenlernen. Dann gibt es die tollsten Sachen, die sich Ausländer erlauben können und den Deutschen würde man dafür ein Gerichtsverfahren ans Bein binden. Und dann gibt es noch die letzte, das ist dieser ganze Asylantenkomplex. Das sind diejenigen, die hier jedes Verfahren in einem Asylprozess den Flüchtlingen finanzieren. Denn obwohl es gar keine Aussicht auf Erfolg gibt, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Stufen der Justiz. Diese vielen Stufen, die dieses System hier bietet, es gibt noch viele mehr. Denkt mal an Kathi Hummels. Sie hat alles für Germany in Deutsch geschrieben auf Instagram, dass nachdem Björn Höcke dafür für 13.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, sie bekommt nicht mal ein Ermittlungsverfahren. Sie hat sich entschuldigt und gesagt, sie wusste das nicht, trotz der medialen Berichterstattung über Björn Höcke und dessen Aussage. Es ist einfach lächerlich, wie in diesem Land gewisse Dinge einfach ignoriert werden. Die Verfahren gegen Frau Wehrbock bei der Staatsanwaltschaft in Berlin, sie werden verschleppt, es dauert ewig. Es ist wie mit Nord Stream bei unserem Generalbundesanwalt. Und wenn der Staat ein großes Interesse daran hat, das niemand sonst ermittelt, setzen wir erstmal den Generalbundesanwalt darauf. Der untersteht direkt dem BMJ, also Herrn Buschmann, und er übt dann das Evokationsrecht aus. Das heißt, die Ermittlungen von Mannheim, die hat dann der Generalbundesanwalt jetzt an sich gezogen und damit dürfen alle anderen nicht weiter ermitteln, damit wir keine doppelten Ermittlungsakten führen. Ein Schelden, wer dabei Böses denkt, das Problem ist nur, die Urteile, die inzwischen gesprochen werden, sie sind wahrlich nicht mehr im Namen des Volkes. Aber was können wir dagegen tun? Wir können leider sehr wenig tun. Wir können nur die Politik versuchen, durch Wahlen zu verändern. Und diese Politiker wählen dann über die Richterwahlausschüsse, die Richter teilweise. Man könnte allerdings die Gesetze gleich ändern. Wenn wir die Strafmaße per Gesetz ändern, ich wette da ein paar Vorschläge zu machen. Vergewaltigung, keine Bewährung mehr, Mindeststrafe, 5 Jahre Gefängnis oder mindestens 3 Jahre Gefängnis, bis 20 hoch, kein Problem, Gruppenvergewaltigung, fast ansetzen wie Mord, gar kein Problem. Wir könnten das einfach durchsetzen. Man muss es nur wollen. Wir könnten die Bewährungsstrafe auch ausschließen, bei Messerdelikten, bei Körperverletzungsdelikten, dass jeder, der einen anderen körperlich misshandelt, mal eine Haftanstalt von innen sieht. Ich glaube, das würde Eindruck schinden, das würde auch gewisse Leute abschrecken. Aber wir lassen uns alles gefallen. Das Video von dem zusammengeschlagenen Schüler. Es gibt jetzt erste Ermittlungsergebnisse. Die, die geschlagen haben, sind 12 und 13. Strafunmündig. Ihnen wird nichts passieren in diesem Land. Die, die dabei standen und gefilmt haben, 14 und 15. Was kriegt man wegen unterlassener Hilfeleistung als 14-Jähriger? Ja, 10 Sozialstunden vielleicht? Keine Ahnung. Aber es ist peinlich für dieses Land. Die Leute haben es geschnallt. Die Politik, sie schläft weiter. Sie machen nichts. Und sie provozieren die Eskalation in diesem Land. Sie provozieren es hier wirklich. Wie jetzt. Sie wollen auch nicht mehr abschieben. Beziehungsweise, ja, wir haben jetzt ein bisschen geredet. Und ja, und das dauert. Und wir suchen Verfahren. Und dann sehen wir uns im Dezember wieder. Leute, ihr verarscht das Volk und das Volk. Kapiert es langsam. Das ist euer Problem. Und die Landtagswahlen im Osten, die werden euch eine bitterböse Klatsche einheimsen. Und dann wird wieder geschrien, wir brauchen die Zivilgesellschaft gegen Rechts. Dabei wird es dann Frau Wagenknecht sein, die die ganzen Mandate mit abgeräumt hat. Und in Sachsen fliegt nach der aktuellen Prognose alle raus, außer die AfD, BSW und CDU. Wir hätten dann in Sachsen ein Drei-Parteien-Parlament. Das ist wirklich spannend, ob AfD und BSW hier dann zusammenfinden zum Wohle Sachsens. Oder ob BSW dann Steigbürgelhalter für die CDU ist, damit der Kretschmann noch ein bisschen länger herumeiern kann in Sachsen. Es bleibt spannend. Ein heißer Herbst steht uns bevor. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere diesen Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner zukünftigen Videos. Damit bis bald.